hallo meine lieben herzlich willkommen zu einer kleinen weiter runde minecraft minigames heute spielen wir mal wieder eine runde creeper attack ich hoffe ich stelle mich diesmal nicht ganz so naja schussel ich an so los geht's ich bin mal gespannt wann es hier anfängt doch ein wenig zu backen wieso sind wir beim letzten mal einfach du bist noch einer direkt da bleiben ja okay nach oben da okay der ist tot abgleich mal gucken muss ja auch irgendwann wieder ausrüstung alle drauf hier ich habe eine nervige woche jetzt schon hinter mir war das erst mittwoch auskommt ist für euch schon dienstag ich will mal nicht von der arbeit reden gibt so andere kohlen sind nervig ja nicht auf mich weg 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 mit wäsche ich sollte mich mal heilen ach wir fahre das sind die power abzogen kann ich nicht nicht der eisenrissen kann ich immer noch nicht oder heilig doch ich halte nach der zeit er schaut dass man teilweise mit den spielern nicht kommunizieren kann die drauf geht drauf geht drauf los jetzt man sieht man ja nichts mehr habe ich jetzt gibt geld jetzt mal das was schwert nein bogen will ich nicht keine mensch nein ich bin mir schon wieder ich dachte schon wieder fest 150 viel mehr für den bogen für neues schwert kommt mir einfach oder ist das einfach schuss drauf 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 ja ja du musst nicht irgendwann jetzt mal die skelette kommen oder so blöde golem ich sehe nichts mehr dass man das raus so mir ich habe dich oder sind oben die skelette auf ihr habe ich doch gewartet ich muss mal gleich mal noch andere rüstung holen das muss ich noch admitted ja ja gut von mir braucht man nicht rumhüpfen dann trifft man auch so ganz gut bräuchte für die blöde rüstung 6 und da fehlt mir schon wieder ein bisschen leute die auf fernkampf gehen jetzt könnte ich gar nicht durch die gegend fliegen was drauf nein eine neue rüstung das kann man so langsam auch in die heißen phasen was immer denn welle 13 noch aus dem händler okay ich nehme ich mal ja okay die ecke soweit sauber da ist nun so nix update wer glaube ich wieder auf die waffen ich bin mal zu den körper ja wenn man schon mit bogen und pfeil schießt sollte man das auch ein bisschen drauf achten golems ja auch mal nicht so weit ab hier ich jedes mal hänge ich da unten fest warum deshalb schon die neue welle mein gott wieso treffe ich auf einmal nichts jetzt habe ich aber selber vollgepackt ja nein okay so eine kleine niete ich probiere es erst gar nicht hallo danke ich finde ich schon wieder stimmt naja zum bisschen das thema hat man ich mag keine zombies also horrorspiele dürfte von mir echt nicht erwarten ich krieg den doch verringt mich ja dankeschön ein bisschen habe ich das gefühl händler hat noch 100 prozent und was soll davon bitte so bleiben alles clear alles clear und ist klar ich mir noch irgendwas leisten was auch immer das war nett okay mir geht mir doch jetzt hier nichts um noch dann blöde skelett das war keine gute idee da ist immer noch hinter mir könnte mal einer platt machen keine gute idee keine gute idee das war knapp ja und gleich sind sie doch auch mal ja ja ich habe immer ich weiß kann ich so langsam mehr was ich kaufen soll machen wir uns so was noch mal passt passt ihr sterbt die blöden oh creeper creeper scheiße leute ihr müsst auch schon aufpassen oder diese kleinen so hat von scheiß fies vor allem erwischt sie die kaum jetzt muss man mal raus wo ich habe ein bisschen geld kann man vielleicht noch power up im schnellen und Das war's für heute. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gekommen sind. War das nicht auch irgendwie so in dem Dreh und dann haben wir uns total überrannt? Ja, wie die Eile vor der Nase steht, kann man auch noch nicht draufhauen. Geh mal hier hin. Das ist mein Creeper. Die Punkte will ich haben. Ha! Meine volle Punktzahl. Ist hier dann Golem drin? Ja, tot. Ja, schieb mich mal ruhig weiter. Dddd. Haha. So, man sieht nix. Ja, lass doch die blöden Dinger. Ja. Oh, ich sag kleine fiese Sicht. Oh, Creeper Creeper. Immer noch schnell Power Polen sein. Wer ist drauf, ob ich sterbe? Ob sie draufhauen, draufhauen. Oh, egal. Ja, äh. Ja, äh, was hat er noch 30%, das überleben wir nicht. Das 10% einer noch und, ja. Nee. Und wie, ja. Ja. Okay, 36. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Haha. Das ist immer witzig aus, wenn hier alles rumfliegt. Okay. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war es dann auch mal wieder für heute. Kurze, kleine, knackige Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert es und abonniert den Kanal, um zukünftig keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.